Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 848 mit dem Thema Allensbach – Deutsche klagen über fehlende Ladesäulen für E-Autos Ein Artikel vom 12. August 2021 Fehlende Ladesäulen sind ein Kaufhemmnis für Elektroautos Das ist ein Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie VDA, über die Zeitungen der Funke Mediengruppe Donnerstag Ausgaben berichten. Die unzureichende Ladeinfrastruktur nannten in der Umfrage knapp 64% der Befragten als Hauptvorbehalt gegen den Kauf eines E-Autos. Gerade einmal 7,7% der Befragten halten demnach das Angebot an Ladestationen in der eigenen Umgebung für gut. Rund 9% sind zufrieden mit dem Angebot an Ladestationen beim Einkaufen. Auf Autobahnen und Landstraßen hält dagegen nur jeder 20. Befragte das Angebot für gut. Mehr als drei Viertel der Berufstätigen haben laut der Umfrage zudem keine Möglichkeit, das eigene Auto am Arbeitsplatz zu laden. Hildegard Müller, Präsidentin des VDA, kritisierte das zu langsame Tempo beim Ladesäulenausbau. Bis 2030 würden allein in Deutschland eine Million Ladepunkte gebaut, sagte Müller den Funke-Zeitungen. Zum Stand Juli gibt es aber gerade einmal 39.000 normale Ladepunkte und 6.500 Schnellladepunkte. Um das Ziel zu erreichen, müssten pro Woche 2.000 neue Ladepunkte gebaut werden. Es werden aber nur um die 300 gebaut, sagte die Branchenvertreterin. Die Schere zwischen Ladepunkten und E-Autos werde somit immer größer. Wir brauchen hier mehr Anstrengung, sagte Müller. Die VDA-Chefin kritisierte zudem einen oft jahrelangen Ladestau, weil die Netzspannung in einigen Gebieten nicht ausreiche, der Netzausbau aber nicht vorangehe. Die Ladesäuleninfrastruktur ist entscheidend für das Vertrauen der Menschen in Elektromobilität. Viele Bürger fürchteten, keine Ladesäule zu finden. Diese Sorge kann die Politik ihnen nur nehmen, wenn sie den Ladesäulenausbau entschlossen voranbringt, sagte Müller. Oft scheitere es aber daran, dass Verantwortliche noch nicht einmal die konkreten Förderbedingungen kennen würden. Für die Umfrage befragte das Institut der Demoskopie Allensbach 1070 Personen ab 16 Jahren. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Wesbrot ich es, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich Ihnen, unseren Lesern. Die Epoch Times bietet Ihnen einen investigativen Journalismus, der Tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer Agenda oder politischen Korrektheit einschränken lässt. Wenn auch Ihnen wirklich unabhängige und unzensierte Informationen wichtig sind, dann finden Sie diese in der neuen Wochenzeitung der Epoch Times. Zum Preis von nur einer Tasse Kaffee erhalten Sie nachhaltige Geistesnahrung für eine ganze Woche. Bestellen Sie die Epoch Times jetzt gratis drei Wochen lang zum Kennenlernen und lesen Sie den Unterschied.